hallo und willkommen zu einem neuen roblox video mit den lieben justin und leute wir spielen wieder script game in roblox solo ich bin darüber sehr erfreut ich hab Angst, hör auf, ich hab Angst ich bin das Herz hey, guck mal oder mit dir ey, ich will dich wegreiten zum geld, Pferd lass mich in Ruhe lass doch den Schwein da reiten da oben da sind schon wieder so viele hier, oh man da sind gar nicht so viele, das sind voll wenig da kommen noch welche, Justin oh nein oh ne, da sind immer noch so viele da kommen so viele na, oh verdammt nein ich hab die bist du raus? nein, ich bin noch drin hast du schon da, hallo Tatsumi doch wie viele viele da sind, man das sind voll wenig im Gegensatz zu sonst ich kenn diesen Typen, der macht Musik wer ist das? der macht Musik scheiß Musik scheiß Musik weg mit dir nein, der kommt, Justin nein, er hat mich erwischt er hat mich erwischt Justin ja kommst du ich boah, ihr könnt ruhig Vorsprung holen du hast Angst, dass dich jemand wegschöpfst? nein waren eigentlich früher schon Körbisse da? ne ne, die sind erst wegen Halloween hier, oder? ja die waren schon vorher da echt? ja so viele? ja auf jeden Fall Leute wie geht's euch? ich hoffe euch geht's gut also mir geht's wenig besser wie geht's dir, Justin? oh komm mal wo ist sie? ich wollte eigentlich schon seit Anfang der Woche zum Onkel Doktor ich wollte eigentlich schon seit Anfang der Woche zum Onkel Doktor echt? ja er ist immer noch nicht gegangen ich hab ihn ich hab ihn geschubst und er ist gestorben nein hast du es gesehen? Azzatzi Azzatzi hey meine Seele Leute ich muss Seelen sammeln Leute ich brauch die Seelenpunkte bevor Justin irgendeine Seele hat sind hinten noch irgendwelche Seelen da ist noch eine Seele ja 18 Seelenpunkte Justin Mensch Tiane jetzt lass mich in Ruhe ich will nichts von dir es sind halt wirklich nicht viele da das ist gut das ist gut weißt du warum? warum? ach guck mal wir sind echt wenig das könnte vielleicht bedeuten dass stell dir vor deswegen wird das Tauchspiel so richtig beschissen wird's auch ich will auch mit dir im Team sein sonst ross ich aus sonst muss man es wieder ich hab ein Kreis ich hab ein Kreis ich hab ein Kreis ich hab's geschafft Justin lebst du? nein Justin Justin wie bin ich gestorben? ich hab's nicht kaputt gemacht Justin ist selig hier unten man ist so ein behindertes Kackspiel Justin du hast Blut im Gesicht ist das normal? meine Fresse alter Roblox ist so ein behindertes Spiel Leute das meint der nicht so wir sind echt nur noch 5 Leute Junge was ein Kack wie kann man das so schlecht programmieren? Justin beruhige dich Leute gestern kam die erste Folge von Minecraft Numeron Numeron wird jetzt jeden Dienstag und Donnerstag kommen also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und schaut euch die Short Videos an die ich zwischendurch hochlade das sind lustige Short Videos wo ich dann so rede und sage die Folge ist online und ja das ist echt lustig und Leute es macht mir fun solche Short Videos zu machen weil erstens euch gefällt es das so euch gefällt das und mir gefällt das genauso der einzige Grund warum du es machst ist einfach weil du nichts machen musst das stimmt gar nicht ich rede weißt du wie anstrengend das ist anstatt Short Videos meine Short Videos bestehen darin dass ich Text-to-Speech benutze irgendwelche Bilder rein klatsche oder irgendwelche Videos siehst du das ist schon wieder zu viel und mein eines Short Videos sogar mit 500 Aufrufen mies durch die Decke gegangen und einfach was sage ich da es ist ein das Evil Finale ist raus Leute schaut vorbei auf jeden Fall Leute weil mich viele gefragt haben was Numeron eigentlich jetzt für ein Projekt ist ob es der Nachfolger von Enderia ist Enderia Leute ist noch nicht zu Ende aber Leute das ist der Nachfolger von Minecraft Evil Numeron ist der Nachfolger von Minecraft Evil ich bin der Nachfolger von Minecraft Evil du bist für eine zweite Staffel von Minecraft Evil Evil 2 ne wieso nicht hier tut ja keiner was hier tut ja keiner was wie traurig soll ich mal zu jemandem gehen und den hauen ne einfach so bumm das ist ein freundschaftliches Pippe wäre Freundschaft lass die Leute in Ruhe ich hol mir deine Freundschaft ich hol mir deine Freundschaft jetzt lass die Leute in Ruhe hallo Anna bleib stehen ok Anna darfst du in Ruhe Anna Anna lass mich in Ruhe los los hau die kaputt los Anna los Anna du bist so schwach Anna lass dich einfach tothauen los auf schau häää ist das ja schlecht hähä hähä oh mein Gott Hilfe Nein oh mein Gott oh mein Gott bitte geht ins nächste Spiel bitte 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 oh mein Gott Das war Instinct Karma Das sind alles nur noch Mädchen? Ich wundere, wieso die zusammenhalten Ich bin auch ein Mädchen Das sind wirklich nur noch Mädchen, oder? Ja, Justin Squid Game Jungs vs. Mädchen Ey, ich kann euch die Baureine aussuchen Das Hero Girl Das Hero Girl Die Ende kommt schon näher Ja Wer wird Bugs seine neue Freundin? Wird es Tiana? Wird es Pitches? Wird es Anna? Oder wird es Lora? Wenn eine von den beiden als erstes ins Ziel kommt Dann wird die meine neue Hero Girl Ja, also Leute Justin wird erstmal keine Videos mehr machen Minecraft geht nicht Deswegen wird er auch bei Streams nur noch als Moderator dabei sein Oder wir spielen Roblox Mein Leben hat einfach keinen Sinn mehr Dein Leben hat keinen Sinn mehr Dein Leben hat keinen Sinn mehr? Nee Boah, ich hab mich bei Minecraft support gemeldet und keine Antwort Keine Antwort? Nee Pain Oh Hilfe Ich bin gerade gegen die Wand gelaufen Hast du das gesehen? Ja Auf jeden Fall Leute Wenn ihr mehr solche Roblox Squid Game Videos sehen wollt Dann lasst eine positive Bewertung da Bei 10 Likes würde ich meinen Machen wir nochmal nächste Woche eine neue Folge Roblox Squid Game Ah! Du Dreckige Tiana hat gewonnen Echt? Ist die schon durch? Ja Ey Echt jetzt? Herzlichen Glückwunsch Tiana Du bist die neue Freundin von Max Hui Jetzt muss ich nur noch schaffen Tiana ist runter gesprungen Jetzt ist Tiana runter gesprungen Echt Jetzt ist Anna deine neue Freundin Anna Ich komme Und Piches Piches Anna Hier ist euer Hero Boy Und Lora Und Lora auch noch Ja Hallo Hätte sie echt runter gesprungen ne? Ja Oh wie dumm ist die Aber die lohnt noch Die lebt noch Echt? Ja doch ja Drei gegen zwei oder? Äh Drei gegen zwei ja Lora und Piches Ok das kann ich Das kann ich nur gewinnen Guck mal meine Muskeln an alter Ja ich bin einfach raus geflogen Wie cool ist das denn? Hä? Bist du nicht mehr drinne? Nee Justin wir haben gewonnen Die sind raus geflogen Wow Die sind Wir haben alle gedrückt Und die sind runter gefallen Haha Aber direkt zu Einmal drücken Zack weg Die waren wirklich Ich hab maximal 10 mal gedrückt Das Problem ist wir könnten eigentlich Auch alle einfach afk stehen bleiben Nein Ich bin tot Leute Ich hoffe euch hat die Folge Squid Game gefallen Leute Wenn ihr mehr solche Squid Game Videos sehen wollt Dann lasst Eine positive Bewertung da Schreibt es in den Kommentare Leute Und dann würde ich meinen Wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es heißt Roblox Squid Game und Roblox In dem Sinne Haut dir hin Bis dann Und Ciao Leute Bis dann Tschüss governor So от